ja hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt der Rumpel war zwei mit Sparta und er sei sie haben keine Chance also gerade um die jetzt so ist es noch Prozent mehr oder weniger ausgeglichen aber ein paar Sekunden werden wird noch Verstärkung von den kommen noch mal eine vollste Karno und ja das wird interessant so der Infanterie bereit Befehle nach Kavalerie Es nähert sich feindliche Unterstützung von da hinten ja dachte ich mir schon was. Da haben wir nicht mal gesperrt. Okay. Die Jugendlichen sind leider an der Speerwerfer. Die werden wehtun. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Schnell! Bürgerkavallerie! Schneller! Vorkaner! Auf jeden Fall langs! Stoppete Geschwindigkeit! Stoppete Geschwindigkeit! Bürgerkavallerie! Vorkanische Kriegen! Brete! Unserie versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wir hoffen zum Fluglerkavall! Das war's für heute. So, das passt gerade ziemlich gut. Läuft. Läuft immer noch sehr gut. 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 Wevit immer noch sehr gut. Angegriffen Befehle? Zubefehl Schnelle Reiter zu euren Diensten Ich erwarte eure Befehle Mhm, 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 mhm So läuft alles Eure Befehle? Läuft alles Läuft alles Kavallerie Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit Die Krieger wollen Blut Rett, ihr Verfluchten Befehlen Verfluchten Berecht Waffen Verfluchten Binderall Befehl Befehl verstanden Geaken Infanterie Berecht Bürgerkavallerie Befehle Spur doch Befehl ja da ist jetzt noch ein bisschen farmen gut 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 glorreicher sich finde ich aber auch hier schon mal 5 4 6 5 aber mein Rekord von 8 irgendwas hatte nicht geschafft aber ja es sind der hatte ehrlich gesagt das Problem ist halt auch also wenn die durchbrechen durch so eine verlangt hat man ja gesehen sobald die durch die verlangs war ist hier die hp anzahl ziemlich gut gesunken muss man mal sagen aber in so so häuser kamen die abholen der sperrwahl ist da schon ein bisschen was anderes der kraft mich in der nacht an das ist mal interessant das ist mal interessant der kraft ich bin ich bin hierhin fallen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm... ...spartanische Pieken... ...Jugendbrücke... ...Schnell! ...Schnell! Bereit! ...Schnell! 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 Goodbye! ...Schnell! 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 Ja die Jugendlichen irritieren mich ein bisschen, beziehungsweise deswegen will ich nicht gleich da vorne angreifen. General! Doppelte Geschwindigkeit! Schossen bereit zum Einsatz! Zielen! Ich erwarte eure Befehle! Schnell! Bankkater! Wenn die tot sind, dann ist alles in Ordnung. Bereit zum Eislerer! Erschoss Infanterie bereit! Bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Wehrträger! Jugendliche! Doppelte Geschwindigkeit! Steinschleuderer! Geschosse bereit zum Einsatz! Unser General wird angegriffen! Schnell vorrücken! Schnell! Schnell! Wides, wie ihr befehlt! Ja! Kommandant! An die Waffen! Feuer, Befehle! Feuer, kommt in den Wald! Oh, da ist eigentlich noch... Befehl verstanden! Breit ihre Positionen an! Makanische Pieten! Steinschleuderer! Jens! Die Männer wanken! Geschossen, Batterie! Feuer! Jungen! Befehl! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht! Kürzen Sie! Piloten! Ihre jölkische Hopliten! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Also momentan noch. Schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Drückt es! Wie Ihr Befehl! Bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! So, jetzt kommen mal die... die Bildbauers. General! Ihr habt noch... kein Bild. Habt ihr überhaupt geschossen? Ja. ... 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 aber der der bleibt ja auch da also ja er hat es schon richtig gemacht er hat schon richtig weil ich auch deshalb von zwei seiten eingekümmert unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg ist ja gut wie lange die beiden ausgehalten haben aber sind auch die herbanische sperrkämpfer unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anweg endlich vorbei meine güte die männer fliehen gut dann gehe ich als nächstes mit denen wieder nach Rom kommen rein und ja hm er ist wieder zurück ok naja ja ich habe ihn auch 12.000 gegeben äh echt jetzt jetzt fängt er auch stammet an Libyen wo bist du das könnte ich ja automatisch machen gut aber das mache ich erst in der nächsten Folge danke für die Zuschauer ich hoffe euch hat es gefallen bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.